Leo Valeriano ist ein italienischer Liedermacher, Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Valeriano, dessen Familie aus den Abbrutzen stammt, gehörte ab Mitte der 1960er Jahre zu den Liedermachern, die linke politische Positionen in ihren Werken verarbeiteten und ausdrückten. Nach einem Arbeitsaufenthalt in Deutschland nahm Valeriano 1965 am Festa di Gisconos Chioti mit dem Litnella Valica teil. Im römischen Varite Il Bagaglino trat er danach viele Male auf. 1966 erschien Valerianos erste Single, im selben Jahr eröffnete er mit Pippo Franco und Toni Sattagata das Kabarett Il Cor Morano. Weitere Kabarettbeteiligungen in Rom und Neapel folgten, darunter das wegweisende, aber nur wenige Jahre aktive Giardino dei Supplizzi. Daneben war er vor allem von 1972 bis 1977 als Schauspieler in kleinen Rollen von Komödien und anderer Filme zu sehen. Seine Synchronarbeiten waren von vielen Engagements für Zeichentrickserien geprägt. 1997 veröffentlichte Valeriano das Buch Undes Coda Legere, Filmografie. 1972, Confessioni Segrete di Unconvento di Clausura. 1977, Schiestu, Ich hol Verpflegung, Veröffentlichungen, Tempo da Lupi.